Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel. Ich sag nur so. Und im Hintergrund redest du schon falsch. Ich sollte dich jetzt nicht gleich fertig machen. Ja, wir haben nämlich einmal Power, der hier spricht. Und einmal den guten Sauron. Das heißt, du musst dich anstrengen, damit ich dich nicht gleich fertig mache. Spielen auf dieser Karte hier. Du bist Mensch. Eine Karte, die von Power gemacht ist. Ja, von den Boymen. Ist auch gerade noch am entwickeln. Und es kann mal raus so viele Orts wie du kannst. Und ja, ich meine, es ist klar, dass Power der stärkere ist von den beiden. Aber darum geht es nicht, es geht darum, die Karte müssen kennenzulernen. Aber ich muss sagen, ich nächste Karte. Ja, das stimmt, die Karte sieht cool aus. Sehr detailig gestaltet. Ja, mir gefällt sie. Und auch wieder hier mit so wunderschönen Blumen. Sehr farben. Obwohl sie irgendwo doch so ein bisschen düster aussieht, aber trotzdem. Hast du diese wunderschönen Farben wieder reingebracht, finde ich cool. Gefällt mir. Die beiden haben mich natürlich nicht, falls ihr fragt. Gut, ähm... Mal hier, Standard... Also der Rohstoffe-Start. Ist das richtig? Ja, das könnte. Genau. Und hier hätten wir einen Kasernen-Start von Sauron gemacht. Weil ihr auch schon mal 4 Orks in der Stange, genau. Gibt es hier Quips oder keine? Ja, äh, es gibt... Ähm... Wir haben hier einmal... Zwei Waage. Wir haben hier einen Troll. Zwei... Zwei Trolle. Zwei Drachen. Mit, äh... Leuchtfeuern. Und es gibt, äh... Achso, hinter dir ist auch noch so ein... Äh... Ork-Creep. Also, so letztlich jeder Creep, den es mal gibt, einmal reingebaut. Ja, das ist hier auch noch ein Ork-Creep. Noch nicht schlechte. Damit einem ruhig nicht langweilig wird. Hier haben wir schönes Boot eingebaut. Ist das ein Elbenboot? Oder ist das nur ein Standardboot? Danach guckt der Stein raus, Power. Den muss noch zur Seite schieben. Äh, kommt das eigentlich auch da bei der neuesten Version? V3? Oh ja. Wie kann der, oder? Wahrscheinlich wird die hinten da noch bei V3 erscheinen. Aha! Wir haben den Ring geaktiviert. Ach ja. Hat jemand was vergessen, den Ring zu aktivieren. Den, den Gollum. Das ist interessant. Oder wo? Wo ist denn Gollum? Ist der Ring? Wo ist denn der Gollum dann? Ah. Er hat wahrscheinlich... Er hat Sauron... Schaut aber echt interessant aus. Die Karte auch. Gollum entdeckt. Irgendwo. Ah, hier schön Skelette zähle ich zu den Wagen. Gefällt mir. Haben wir noch so viele Sachen? Weil er... Hier war noch den ersten Clash-Zone bereits, aber den müsste er abwehren können tatsächlich. Obwohl, kriegen wir einen zweiten Trupp dazu. Wo ist ein zweiter Trupp schon da? Ah. Ah, er war echt oft zurück. Obwohl er den Fight-Protz noch gewinnen würde. Das Bad hier braucht leider zu lang. Und er wickelt sich auch in den Fight, da müsste er kämpfen anstatt. Ja, jetzt... Hat er hier... Jetzt braucht er eh nicht mehr durch. Ah, noch hinten ist auch schon... Der hat hier schon gecreept. Ah, er hat hier zu den Orks eine Feuerstelle getan. Gefällt mir. Und hier so... Ich denke, dass er schon mal auf die Creeps ein bisschen... Klar, jetzt sieht es ein bisschen verloren aus. Aber... Da ist der Cripp auch da, fand ich cool. Ähm... Ist das oben auch? Ah, oben sind die auch platziert, aber nicht gleich... Äh, nicht genau. Hier ist nur ein... Einer von diesen Pfosten. Finde ich auch super, dass das nicht identisch ist, sondern irgendwo verschieden. Das haben wir hier... Einen Karren... Leicht kaputt. Weiter produzieren, weiter angreifen. Immer weiter machen. Und... Hier ist ein Weg. Der verläuft sich da. Ja, Rohstoffgebäude nicht vergessen. Auch wieder ein Karren in der Flasche liegen geblieben. So ist es. Du wendst dich aus. Und hier führt der Weg nach da hinten. Wir haben hier den Weg hier runter. Der verlässt sich hier. Oder läuft dann hier hin, zu der Base. Wir haben hier einen Weg, der weiter geht. Der geht hier rüber. Auch irgendwie so einmal um die Base rum, so ein bisschen. Ähm... Wenn einer da rausgeht, oder so ein bisschen links weitergeht. Von der Seite der Karte entlang. Hier. Schöne Furt. Und... Ja. Hier ist schon wieder ein Karren. Meint wohl, äh... Karren in Gefahr zu sein. Ich find... Ah, da ist Gollum. Da haben wir ihn. Da rennt er rum. Ich find das ist eine interessante coole Idee. Sieht cool aus hier so. Einzig Problem ist, wenn man an dieses Leuchtfeuer rankommt. Entweder du läufst einmal mit einem Trupp durch. Dann hast du es. Dann ist es gut bewacht. Aber... Ansonsten, wenn du es halt nicht machst, hast du diesen Drachen. Vor allem wenn du ihn weißt nicht. Wenn du nicht weißt, dass dieses Leuchtfeuer hier ist. Dann siehst du, oh Drachen und rennst hier direkt wieder raus. Du solltest dich immer frontal angreifen. Auch mal von beiseite. Das ist... Das ist... Das ist ein kleines Problem. Musst du dir überlegen. Wie du das... Ob du es sagst, wirst du es behalten. Oder ob du es vielleicht äh... Änderst. Power. Ähm... Nein, das hört mich gar nicht. Aber ich würde dann dieses Video anschauen. Also High Power. Ähm... So. Ich bin mal ein bisschen Karte werden. Ah. Hier sind ein paar Dinger, die gehen wollen. Glaubst du, ich habe nicht damit gerechnet. Ah, natürlich. Aber das ist rechtzeitig noch. Wollen wir, der abgelenkt wird hier. Das ist ungegut gemacht. Ähm... Man sagt, die zwei gegen den. Wenn er gut macht, könnte er den Trupp sogar verlieren. Wenn das aufteilt, natürlich nicht, dann ist blöd. Aber hier, das muss ich jetzt auf jeden Fall holen, bevor der Tobi am Ende noch hinläuft und das Geld holt. Das wäre nicht gut. Wir lassen haben hier oben auch schon Gegner. Reiter... Ah, wir haben Reiter. Die natürlich jetzt perfekt harassen können. Weil die pieken irgendwo alle... irgendwo anders sind überall. Weil hier sind keine Piken zu Hause. Die Piken sind eben alle da unten und ja. Da hat man es nicht richtig gemacht, nicht schön geklumpft. Dann wäre der Trupp vielleicht auch gegangen. Vielleicht. Mh... So verlierst du den Trupp jetzt hier einfach. Er hat das hier schon mal gekillt, jetzt muss er das auch nur noch... Jetzt nimmt das auch ein. Sehr gut. Geht das Geld hier auf jeden Fall nicht, das ist wichtig. Das wäre sonst echt mies. Auch hier wieder schön dekoriert. Und jetzt sieht es halt durch die Crips leider ein bisschen leer aus. Aber... Ist halt so. Kann man auch nicht ändern. Na ja. Aber es sieht zwischen... Was ist das da hier? Ist das ein... Ha... Totes Pferd? Ein totes Röhrenpferd? Mhm. Und es sind zwei so Speere, die da reingesteckt wurden. Ähm... Jetzt hat das tatsächlich ein totes Röhrenpferd hingestellt. Ah ja. Schätze ich die Frage, wo... Dabei dann... Wo der Reiter... Wer von denen ist der Reiter? Und sind dann auch mehr Röhrenpferd? Ich meine, wenn du eins hinlegst und drei Leichen da liegen hast... Dann würde ich aber nicht auch gleich drei Pferde hinlegst, ne? Aber... Oh, die sind keine Kulisse. Die gehören zum Spiel. Ähm... Auch hier der Fluss ist sehr cool dekoriert. Gefällt mir. Ja, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie er das schafft jedes Mal. Aber... Obwohl es so eine triste und öde Gegend verspricht, sieht es doch jedes Mal, also vor allem wenn ich jetzt hier hinschaue, irgendwie doch freundlich und lebensbejahend aus. Ich weiß nicht wie, aber er schafft das jedes Mal. Ich finde das wirklich echt... Echt... Äh... Krass. Um mal kurz aufs Spiel auch einzugehen. Ähm... Zurück zum Spiel. Also... Wir haben überall um diese Base rum Gegner mittlerweile. Also... Power ist mittlerweile komplett einmal um die Base rum. Von... Zwischenzeit... Wir haben auch eine Heldin. Einen Bombardier, der durch die Gegend läuft. Oder lief. Ja, ihr seid weg, ja. Da ist noch ein Boot. Wir haben ein zweites Boot gefunden, das liegt. Und da ist noch ein Röhrenpferd, das gestorben ist. Ist das ein... Ist das ein... Ist das ein Zelt? Ne, das ist ein Baum. Ich sah bis aus wie ein Zelt. Aber aus dem Augenblick. Ist das Boot hat das auch irgendwie... Hm... Es hat noch Sträucher drin. Aber keine Felsen im Rumpf. So... Haben wir noch... Was haben wir denn noch so? Das ist noch etwas... Cooles, spannende Sache. Die mich catchen soll. Hier wieder auch schön dekoriert. Ja, also das mit den Karren ist echt ein Fable. Aber da hat das... Kopiert hat er hier den Karren. Und hier drüben steht der Karren. Ähm... Genau an derselben Stelle. Das ist nicht so cool. Wenn der eine hier oben ist... Dann äh... Ja, es sind sehr viele Karren. Obwohl, warte mal. Ja, genau. Wenn der eine Karren oben ist, muss der andere vielleicht noch unten oder so. So ein bisschen versetzt. Dass es vielleicht hier ist oder so. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Das macht es besser. Das sieht anders jetzt ein bisschen zu kopiert aus. Oben mittlerweile großes Battle. Aber das dürfte... Aufgrund hier gelevelter Einheiten und vor allem Bogenschützen. Und dazu bräuchte man irgendwie einen Trolle. Toll... Generell die Frau, wo ist ein Trolle? Wir haben mittlerweile hier auch Weitläufer jetzt. Euer Pfeil Upgrade ist da. Viel Argusmaterial ist da. Erntesegen ist da. Da spielt jemand den Menschen richtig schon aus. Wanderträger haben wir auch. Einfach schon mal alle Upgrades durch. Hier noch irgendwas. Aber wir haben keine... Dinger. Keine... Ach doch. Hier ist ein Turmbachen. Der Creep Turb. Der eben all diese Sachen immer komplett gecreept. Aber... Da müsste er einfach mal auf Troll liegen. Ah, er hat Trolle. Wow. Hier ist das ein Troll. Hier noch nicht. Okay. Er ist sein erster Troll. Also... Er hat rausgelernt. Kann man sagen. Er hat hier... Gut. Und jetzt... Er ist glaube ich auch noch nicht gespielt. Das sieht er hier. Aber... Was sieht er denn mit dem Wind sogar? Aua. Ne, er pausiert das auch nicht mehr. Er kann nur kurz reinstehen, glaube ich. Aber nicht, dass er hier noch sieht. Das heißt, er weiß noch gar nicht, dass der Trollkäppich mittlerweile da ist. Das ist gut. Aber wir haben einen Vorraum mittlerweile auch. Und... Und... Äh... Natürlich... Äh... Auf der anderen Seite beim Leuchtfeuer. Stimmt's? Na, jetzt lass der da hin. Und will das Ganze auch creepen. Mal schauen, wie lustig das wird. Mal schauen, wie lustig das wird. Ob das hinkriegt. Äh... 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 Naja, jetzt beobachten. Und... Uh... Der hat richtig schnell reinhauen. Boah... Schmeckt. Das schmeckt. Nur mit, worum wir machen sollen. Das hätte... Und wo... Geht noch recht glimpflich aus. Er war an einigen Stellen unnötig, aber hat noch funktioniert. Ähm... Wo ist das Ding? Ich war doch grad Gollum. Das ist Gollum. Und hier mal steht er jetzt ein. Auch mit dem Troll. Lass da eine Truppe pieken. Ich muss jetzt direkt der zweite Truppe. Ah... Ah... Wo ist die Pieten? Ich will die Pieten sehen. Oh... Da ist aber die... Röhren reingeritten. Mal das aufpassen. Dann kriegt ihr die hier auch gut weg. Na... Wo ist der Truppe pieken? Hallo? Na, das lag dann ja scheiß drauf. Bin ich zu geizig. Ich meine, er hat die Vollpfeuille mit den kriegt er den auch weg mittlerweile. Da reicht er eine Truppe dann tatsächlich aus. Vor allem weil die auch schon ganz gut gelevelt ist mit Schufe 4. Hm. Es ist auf jeden Fall eingenommen. Aber Gollum ist weg. Gerade... War der gerade da oben? Hm. Jetzt glaube ich... Er ist aber gerade nicht da. Oder hier vielleicht. Gollum. Ich glaube ich kann Gollum. Wenn er hier rausläuft, baut er dann da oben wieder auf. Mussten wir nicht sagen, Power. Schreib es mal in die Kommentare. So, hier Armee vernichtet. Haben wir jetzt... Ganz witzig. Kann ich wahrscheinlich den 0cp sein? Ja, 0cp. Yay. Joa. Jetzt könnte ich denen sagen, dass sie finishen sollen, aber da müsste ich kurz raustappen. Müsste ich... Und da das hier eine Bildschirmaufnahme ist und keine... Spielaufnahme... Spielaufnahme... Wollt ihr dann sehen, wie ich auf Discord bin? Das... Will ich nicht. Da ist mein Anspruch zu hoch für YouTube. Was ihr dann seht. Was man dann seht. Demnach... Ich hab' ich nicht rausgesucht. Dann könnte ich Power zeigen, dass ich fertig machen kann. So, äh... Ich hab' genug gesehen. Dann habt ihr schon genug gesehen habt. Ja, die Berge sind recht karrt. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde, oder ob ich vielleicht an... Weil es sind ja sehr viele Berge... Weil ich dann einen der Berge irgendwie ein cooles Gimmick hätte noch. Klar, und das ist irgendwie... Hier so, äh... Ein Org Minen Eingang oder sowas. So eine blöde Idee halt vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Mh... Ansonsten... Sonst ist doch was, was mir so auffällt. Aber es wurde gerade von diesem Flusslauf auf. Mh... Ich find's auch cool, dass viele Tiere hier unterwegs sind. Das zeugt so ein bisschen davon, dass es recht wild ist. Und, ah... Er creept jetzt auf seinen zweiten Traum her. Wird, glaub ich, ein bisschen besser funktionieren, würde ich spontan sagen. Auf Bogenschützen gestellt. Um die Feuerpfeile mitzunehmen. Der mittlerweile auch schon mit zwei. Und hier kommt der nächste Angriff. Die auch mit einem Troll begleitet. Aber... Das ist gut ausgebaut. Hier auch mittlerweile die Belagerungswerke. Also, vor allem die Spillentiere, um zurückzukommen zum Thema. Ja, ähm... Ich brühe mir auch so ein bisschen dieses wilde Verhältnis aus. Das gefällt mir. Er hat immer noch nicht dieses eine Gebäude gemacht. Das ist schon echt traurig. Der Troll ist jetzt auch gestorben, Alter. Ah, da ist schon ein Pieken. Mhm. Und da rüstet er auch direkt. Rüstet. Schildes... Äh... Ähm... Kein... Von anderen Sprachen. Ähm... Ja, das ist eine richtig geile Vernichtung der Armee. Da fehlt einfach, ähm... Gula kommt aber auch... Ich meine, jetzt macht's auch nicht mehr Sinn. Wir haben... Mittlerweile... Zu viele... Also, wir haben die vorher im Falle... Wir haben auch... Zu starke Pieken. Als dass er sich mittlerweile... Und auch hier ist der Klump. Ah, der schreckt immer so groß, als dass er sich... Noch lohnt mit... Nachschool. Aber... Wie sieht's mit Fechtgesprungen aus? Sauron hat... Die 10er brauchen 5, 10er. Damit er... Maßensvernichtung. Ne, es sind 2, 5 und 10er. So, ich würde mir das jetzt gerne schreiben, aber... Das würde er mitkriegen. So, hier wird ausgerüstet... Aufgerüstet... Ja, Olifanten... Olifanten wären was. Es ist ein wenig Piepen da. Klar sind die Waldläufer da. Aber wenn er die Waldläufer... Okay, hier, äh... Oh, oh, sieht die Karte. Oh, sieht zum Beispiel, dass das nicht gecreepst. Und das so einfach, dass die nicht gecreepst. Und... Das ist Gollum. Weißt du, was Gollum bewusst zieht? Ja, könnt ihr nämlich... Könnt ihr Jagd auf Gollum machen? Ja, okay. Er hat die auf jeden Fall losgeschickt. Das hat er gesehen. Hier oben ist nicht gecreept. Dann creept er einfach schnell. Gut genutzt. Und vielleicht wenn er den... Hey, hol dir doch den... Äh, äh, ihn. Es wird gut. Oh, oh. Hol dir doch den guten Gollum. Ich weiß nicht, ob er, weiß nicht, wo er ihn sieht. Ich glaube, wenn er hier so drüber geht, dann würde er ihn sehen. Ähm, aber es kann sein, dass er ihm nicht angezeigt wird auf Karte, etc. Hm. Nicht vorgehen jetzt. Wo rennt er hin, der gute Gollum? Er müsste bei Power zur Meldung kommen. Da ist ein Feind. Äh, da ist Gollum. Irgendwie sowas. Du brauchst mehr Ressource-Building. Hm. Naja, Ressource-Building. Das baut den gar nicht. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da findest du nichts mehr. Für ein Stück. Nö, nicht. Ja, ich weiß, was du vorhörst. Naja, hm, er geht krippen. Das ist vielleicht das Wackweb, wo du hinrennst. Genau. Aber wo ist dein Vorraum zum... Und wo war der Wackweb eigentlich? Ach, der hat er gar nicht gefunden. Der ist da am Wasser. Ja, der ist am Wasser. gewesen. Nein, der ist immer noch da. Hm, da ist immer noch einer. Hm. Ah, der hast du gesehen. als er vorhin den turm eingesetzt hat und rennt jetzt mit denen dahin oder geht mit den krypton und die werden weggeschossen das ist ein rohrer um die ich setze aufbogen und dann also ich sorge dafür dass die dem ding hinterherlaufen dem theoden und danach einfach da ist der gute kolum sorgt er hier gut vielleicht lockt er noch so ein bisschen hin meiner könnte dafür sorgen dass der hier hingeht aber ich glaube ich achte darüber jetzt nicht er holt sich hier wieder den ganzen ressourcen gebäude ich will wieder kolum haben obwohl doch er hat einen zweiten trupp für die zange aber die zange funktioniert nicht die zange ist zu langsam die funktioniert nicht ich weiß was du vor hast ja würde ich einreißen vor später und ich warte auf eine bestätigung oder sowas von mir selbst darf ich würde sagen dann ist ein kleiner schnitt weil ich mich der ein für die anderen stumme und dann soll ein fertig machen dann war es das bis gleich power du darfst den fertig machen offiziell ich habe genug gesehen verteidige dich sauron schickt dies klar wenn die schlacht sonst so ein pfeil hagel jetzt sind die kondor mit auch gerade oder so ein wächter der labergrabben mag keine röhre aber power warum hast du oben den bugtrieb ignoriert ich wollte ihn eigentlich noch nehmen aber ich habe es dann wieder vergessen das ist ein bisschen wer war so okay du hast es den turm eingesetzt da wirst du jetzt bestimmt der den vorken der ohr noch hoch nach der exerse noch da ist ich habe mir ja ich habe mir genau da wie dieser eine holz baumeister dass dieser baselung steht und nichts macht töt ihn bitte nicht power töt ihn nicht wenn das schon wieder mal nein ist gestorben am feuer der holzarbeiter ist am feuer gestorben holzfehler holzarbeiter resten er ist ich glaube aus der er hat wohl wieder verbreitet wird ich glaube überleben das bis dahin möglich wie viel dieses und das aus du hast doch belagungswerke gebaut wird zu sehen musste kommen es kommt auch noch belagungswaffen von kontor naja bis die da sind ist die feste schon weg ich danke für das game ich habe die karte gut angesehen und habe meine kritik dazu da gelassen das spieler schläft was gibt es hin das darfst du dir dann ansehen ja aber ich muss ja ich muss ja abändern kann es ja ruhig sagen jetzt also machen wir das an sich gefällt mir wieder sehr sehr gut ich habe so ein paar kleine punkte genannt ein zwei dinge das kann sein video genau anschauen so wie lange ist das ja nicht kommen ich warte jetzt nicht zwei wochen um dann die karte zu ändern ja ich weiß ähm ok ich werde die wahrscheinlich auch eher ändern weil äh der mir da schon mehr sagt also da kannst du schon was sagen ok pass auf ähm ähm Naja gut, dann hoffe ich, dass euch da draußen auch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, schreibt mir das Ganze doch in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss, Dennis. Tschau.